Ja, spiel mal kleine Runde Naughty Elfs. Ja, die haben mich alle Geschenke geklaut. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurückbekommen. Aber ich weiß noch gar nicht, wie es ist. Okay, wie lade ich den Schuss auf? Nein, so nicht. Ich weiß, genau. Ja, da. Knock on. Achso, wir kommen gar nicht rein. Das heißt, wir müssen jetzt von außen die ganzen Wichte hier abschießen. Und uns die Geschenke zurückholen. Ist das zu fast, nein. Noch nie so eine Frechheit gesehen. Na, der kommt hier hin. Jawohl. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an die zwei rankomme. Ich schätze mal hier oben hin. Die laufen beide aufeinander. Vielleicht kriegt die sogar mit einem Schuss. Hehehe. Ja, das war ziemlich einfach. Ich habe die Geschenke nicht gezählt. Fünf Leute kriegen schon mal zu Weihnachten ein Geschenk. Und da unten ist ein Schneemann. Kann der uns helfen? No. Schade, ich dachte, das wäre ein Support. Hehehe. Okay, probieren wir mal hier weiter. Morgen ist ja Weihnachten. Klingt ja, ja. Schöne Geschenke nach Erika. Das ist ja erst in zwei Tagen. Am 25. Okay, so weit können wir nicht schmeißen. Dann müssen wir nach da rüben. Der Weihnachtsmann ist leider sehr dick. Er kann nicht sprinten. Probieren wir mal. Ja. Und da habe ich heute auch schon mal alle Geschenke noch eingepackt, schnell. Damit das auch alles morgen fertig ist. Weil wir ja nicht diesen Weihnachtsstress immer haben. So wie ich, dass ich erst am 22. alle Geschenke gekauft habe. Jetzt kommt der nicht hoch, oder wie? Doch, da. Da muss man ja auch immer erst mal alle Geschenke durchlesen. Ich glaube... Ich bin ein paar Mal durcheinander gekommen und habe ein, zwei Geschenke falsch verpackt. Ja, das wird ein schönes Weihnachten. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr so schöne Weihnachtserlebnisse habt. Weil verpackt schon alleine. Jawohl. Hier oben auch noch. Ja, müssen wir wieder warten. Ich weiß gar nicht, ob die eine eigene Bahn haben oder immer random laufen. Das sieht manchmal so aus, als ob die nicht wirklich einen Plan haben, was sie da machen. Wenn er ein bisschen schneller wäre, könnte er den Elf noch erreichen. Jetzt haut der wieder ab. Nein. Bleibst du gefaced hier? Ja, da oben kann ich bestimmt erwischen. Jetzt könnt ihr hier runter, oder? Nein. Denn da oben. Ja, 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 ja. Nein. Oh doch. Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Level das Spiel hat. Oh, jetzt gibt es Zuckerstangen. Wirf eine Zuckerstange und damit umschalten. Manche Elfen sind etwas übergewichtig. Sie sind besonders verwundbar, wenn sie die Süßigkeiten essen. Okay. Haben wir nur eine bestimmte Anzahl an? Ja, wir haben nur drei Stück. Oder laden die sich wieder auf? Wieso funktioniert denn das nicht? Also. So, wo ist denn einer dieser? Ach, da drüben ist einer der... Wir bleiben jetzt erstmal auf der Seite. Was hat es jetzt gebracht, die Kerze auszumachen? Ich glaube gar nichts. Okay, wir gehen erstmal... Nein, ich wollte die nicht schmeißen. Dabei laden die sich wieder auf? Ne. Ich habe nur drei. Muss ich auch immer wieder einsammeln. Okay, das merke ich mir mal besser. Okay, ich muss die auch gar nicht so genau treffen, glaube ich. Aber hier muss ich mal wieder rüber. Renn nicht wieder weg. Das erwische ich eh noch. Vielleicht auch. Warum wir auch keinen Schornschein haben. Ich kann einfach nicht in dieses Haus rein. Der wäre das Mann. Schafft es einfach nicht durch eine Haustür. Ja, mit. Meint. Muss ich alle ausliefern. Ähm. Drei Stangen habe ich anscheinend immer übrig. Aber je nach Level. Dich fange ich hier oben ab. Und dich kriege ich hier unten noch. Dann habe ich das Level auch fertig. Nein. Voll ins Gesicht. Der Schlitten ist wieder voll. Ach du, manche Gegner ignorieren Zuckerstangen. Ja und? Ist doch egal. Wenn sie die ignorieren oder nicht. Habe ich jetzt was falsch verstanden? Baby, habe ich den denn jetzt erwischt? Okay, du musst anscheinend wirklich gar nicht genau treffen. Nein, du da oben. Ich gehst jetzt hier hoch. Ah, ich muss die nicht so genau treffen anscheinend. Den hier unten haben wir auch gleich wieder. Und ich glaube, oben ist noch ein Haus gewesen. Habe ich schon eine Zuckerstange verbraucht? Oder hatte ich nur zwei das Mal? Ach, hier sind noch mehrere Häuser. Ah, ich kann den auch nur mit Schneewellen abwerfen, wie es aussieht. Der verträgt halt einfach nur mehr. Okay, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob es was bringt, die Kerzen auszuschalten. Aber ich mache es einfach mal. Den mache ich jetzt mal ohne Zuckerstangen. Der soll leiden. Der geht nach oben. Und ich schätze mal dann nach rechts, oder? Nein, nach unten wieder. Richtig ausgedrückt. Jetzt geht der wieder. Doch, komm. Ah, guck mal. Ohne Zuckerstangen. Hahaha. Gut, und hier oben ist noch einer. Ach, da oben ist auch noch ein... Oh, okay. Die wären anscheinend doch immer größer. Okay, so gehe ich nicht. Aber hier ist ja ganz einfach. Auch wenn er versucht wegzurennen. Nein. Nein. Nein! Er schafft es wegzurennen. Nein, warum? Hey! Lass das! Oh, 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 oh. Keiner kommt dem Weißmann. Dafür ist meine Angriffsfläche viel zu groß. Warum sind eure Häuser überhaupt so komisch gebaut? Überhaupt die Lücken in den Wänden. Oh, 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 oh. Wir müssen noch einen knebeln und herausfinden, warum er ihre Geschenke geklaut hat. So was macht sich nicht gut im Vorstellungsgespräch beim Weißmann. Okay, da kommt nicht nach irgendwo ran, glaube ich. Oder komme ich hier drüben mit der Zückerstange? Ja, hier. Nein, da will die einfach nicht. Dann kriegst du auch keine. So. Wir machen hier alles dicht. Schalter können dabei helfen, die Elf zu erreichen. Drücke E oder A, um sie zu bestätigen. Oder triffst du dich mit einem Schneeball? Okay, da ganz oben sind Knöpfe. Ich meine, das ist ja richtig cool. Die Weihnachtsmusik in 8-Bit-Versionen. Okay. Fährt die Wand da hinten einfach hoch dann, oder wie? Ich weiß gar nicht, wie nimmst du denn den Schneeball? Nimm doch mal den. Nimm doch mal den. Nicht du. Ach komm. Ich kriegst halt Schneebälle. Ich bin zu blöd für die Zuckerstangen. Da. Und die Kerze würde ich gerne auch erwischen. Obwohl ich bestimmt schon wieder ein paar Kerzen übersehen habe. Ganz ruhig. Jetzt. Perfekt. Ach, da oben sind Türen. Okay. Ach so, ich dachte es... Ach nein, die gehen wir von allein zu. Oh nein, ich hasse so eine... Sache. Gib mir schnell die Geschenke. Ja, du kommst da irgendwann hin. Oh, oh, oh. Da, 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 da. Okay, ich komme manchmal um den da. Ja, jetzt nicht mehr, oder wie? Okay, irgendwann lässt er den Ball einfach von alleine los. Das heißt nicht, dass ich den schmeiße. Dann immer. Versuche den mal aufzuladen. Oh, oh, oh. Oh, na, na. Wir müssen Zeit frieren. Nimm die Hände ein. Jetzt. Jawoll. So, jetzt sind die Ressichten hier drüben. Das ist ja nur der Dicke da. Okay. Den dürfte ich ja ganz leicht erwischen. Einmal. Und zweimal. Auch wenn das jetzt nicht wirklich getroffen war. Aber okay. Okay, jetzt, äh... Das sieht irgendwie einfach aus. Ich verstehe die Türen da oben noch nicht so ganz, aber... Ah, okay. Ich komme nur... Ich weiß gar nicht, wie viele Level das Ding hat. Gut, dass er da Teleporter am Dorf platziert hat. Positioniere das Tente darauf und schau, wo er dich hinführt. Okay. Es hat noch eine ganze Menge Funktionen. Ich wusste gar nicht, dass es mehr als nur Schneewelle gibt in diesem Spiel eigentlich. Und jetzt... Okay. Okay, was habe ich jetzt ausgelöst? okay ich hätte mal ich weiß jetzt wofür der schalter ist das ist eh gelacht und jetzt hier rüber um die tür zu machen ich kann ihn auch nicht mehr drehen wenn es mal zählt ins ruhig center nein das wäre perfekt gewesen hier rein und jetzt den letzten wichte daraus soll okay für noch zwei gewichter ja so soll ich noch besiegen oder das ist doch so gemeint und der letzte keiner entkommt der rache des weihnachtsmanns ich bin einfach der weihnachtsmann aus hier haben den komm ich am besten nach hier und ich glaube die laufen halt immer willkürlich aber sie laufen von einer ecke dann da muss ich da da oben ist der schalter oder das ist der schalter wie soll ich denn daran kommen mache ich muss sie nach haus lassen okay dann gehe ich war mal an die andere seite ran halt ich mache erst den weg so und dann muss ich hier drüben dann den schalter betätigen wenn er rüber raus will so perfekt und hier oben ist noch eine 3er kombi 1 1 2 oh nein das war ich gar nicht und 2 äh 3 so wo führt jetzt der knopf hin dort ganz hinten hat sich ein titel geöffnet oh hier wäre der jetzt rausgelaufen nicht mal testen sollen weil er mir die tübe ja zugekommen dort 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 okay jetzt müssen wir die ganze menge warten hier glaube ich noch 2 1 9 perfekt manche elfen tragen die geschenke sogar mit sich du musst sie ins gesicht treffen um ihnen zu schaden ich dachte die tragen die alle mit sich ich muss die echt von vorne treffen wieso hat santa so viele böse wichtel eigentlich die geschenke klauen die 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 hier gibt es nicht nein und nein von vorne und von vorne nein nein herzlich umgedreht warte 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 der hat das letzte geschenk wozu ist der knapp so dass er langweilig jetzt kann ich erwarten dass er kommt und jetzt kommt er nicht mehr runter oder wie kommt der face her also ich frage mich warum man nicht vom rücken aus kein schaden machen kann versuch mal schneeball in die rohre zu werfen sie werden die schneeball in zwei teile in zwei teilen schnapp ihn dir schnapp ihn dir schnapp ihn dir schnapp ihn dir das war gut das war natürlich genauso geplant so hier sind auch wieder eine kerze ich weiß aber nicht was die kerzen bringen war schön dass man hier alle reinlauft kommst du nach oben nö du bleibst da unten das ist schlauer wenn du weg gehst so leicht geht das nicht ach so das ist cool hallo so ich dachte er macht von alleine so hier und sein und da ein sein und da ein sein perfekt manche elfen verstecken sich sehr gut versucht den kamin zu nutzen um zu erreichen ein kamin haben wir das ist jetzt freigeste freigeschalten gut erstmal wieder die kärz ausmachen standard das center will nicht gesehen werden der will nicht gesehen werden ah hier sind die kommine oh das war gut und wenn er dann beim kamin ist jetzt okay dann noch hier drüben die vier ich nehme euch auch warten bis er rüber kommt ähm jetzt jetzt und sie gehen bei sich nach oben ja ja und weg haben wir weihnachten gerettet wir haben schon so viele geschenke so viele menschen gibt es doch gar nicht auf der welt oder hehehehe oh 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 das wurscht ja die hinten muss ich echt warten bis sie hier nach vorne kommen das habe ich sonst gar keine andere wahl jetzt und hier schmeiße ich mal ein zuckerstück hin kommt daher perfekt Perfekt. Die unten können wir auch gleich erwischen. Hier... Nein, ich kriege in die Wand. Zwei auf einmal. Du, oh, das war perfekt. Na. Noch immer. Oh, ist draus. Okay, ich... Ich hab wohl einfach mal festgesteckt. Ist ja klar, das Center wieder feststecken muss. Ähm... Okay, wie ich ja auch noch jetzt erwischt habe. Dadadadababa... Okay, seitlich geht auch anscheinend. So, wie komm ich jetzt durch? Ich schätze mal hier durch. Nein. Ähm... Ja, da oben ist ein Knopf und dann muss ich hier durch. So, dann schießen wir da rein. Und jetzt schnell natürlich ein Tippauter nach unten zur Tür, die offen ist. Ja. Perfekt. Oh, jetzt bist du raus. Nein, nein, nein. Bah, 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 bah. Dahinten kommen wir nicht ran. Geht er zur Seite? Er geht wieder nach unten. Okay, unten können wir ihn erwischen. Perfekt. So, jetzt sind da oben noch drei Geschenke. Drei Wichtel, ein fetter und zwei kleine. Nur noch ein, Digga. Na, also... Okay. Okay. Dann sind die da oben auf. Nein, ich wollte mich zu treffen. Oh Mann. Nein, geht doch mal wieder durch. Keine Ahnung, wo der Unterricht ist, aber ich gehe jetzt erst mal hier durch und guck mal. Ich kann hier nichts machen, wenn ihr die Tür gleich wieder zugeben. Das ist doch merkwürdig. Ähm. Jo. Wie komme ich an dir ran? Das macht unten auf. Keine Ahnung, hier kann ich gerade nichts machen. Was hat das jetzt aufgemacht? Ich guck mal, ob irgendwas zugeht, aber... Ach so, okay, perfekt. Jetzt möchte ich mir hier durch und nach da. Alter, wie soll das denn gehen? Zwei sind noch da. Okay, das ist jetzt echt... Bäh. Das ist bäh. Dann gehe ich wieder schnell nach unten. Und drei Leute sind es noch. Die ich nur von vorne treffen kann. Und ich kann nicht mal nach hinten schmeißen, soweit. Okay, wenn es so weiter geht, schaffe ich es ungefähr, dass ich immer einen pro Durchgang schaffe. Nein, jetzt wurde ich die Tür kaputt gemacht. Oh, 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 oh. Hä, Hö, 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 Hö! Ja, wenns beide oben aufnimmertreffen... Jetzt. Okay. Vielleicht nicht so jetzt. Kann ich hier durch? Nöööööööööö... Okayooööö... Wie komm ich nach da oben? Hier guck mal irgendwie, ob ich oben langkomme. Ich muss ja noch an den Schornstein ran, für die gerässlichen vier Leute. Ja, mit dir durch. Kann ich oben lang geben. Perfekt. Und jetzt möchte ich da unten durch den Verteiler schießen. Aber da ich da nicht sehe, ist das kein Glück. Okay, beim ersten Schuss glaube ich sogar. Hm? Achso, es hat gerade so... Ich dachte, jetzt ist irgendwas besonderes. Ah, da ist erstmal wieder ein Kamin. Nacht da oben, okay. Achso, perfekt. Hab schon gelaufen. Und dort mache ich das weg. Okay, ich muss erstmal warten, äh, erstmal mal, bis der weg ist. Ja, na also. Perfekt. Die Tür oben bleibt zum Glück auch auf. Oh, ich muss aber eh nochmal runter. Denn, hier... Oh, oh, oh. Oh Gott. Das war echt gut gerade. Das ist auch eine gute Kombo. Eins. Oh, nee. Schaffe ich das nicht von der Reichweite? Ach, ich kann jetzt reingehen? Oh mein Gott, Center darf die Wohnung betreten. Oh, da durfte ich das schon die ganze Zeit nochmal nur zu blöd dafür. Bitte sag mir nicht, ich war zu blöd dafür. Das wäre echt traurig. Moment mal, wo gehe ich eigentlich hin? Ich komme da oben gar nicht durch. Ah, ich muss unten irgendwie durch die Platten wahrscheinlich. Okay, hier kann ich wieder nicht rein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Äh, oh, oh. Ja, ich mache euch trotzdem einfach so real. Ihr kriegt keine Zuckerstangen von mir. Kannst ja vergessen. Dafür war es zu unartig. Was war die Druckplatte da oben nochmal? Perfekt. Ja, okay, jetzt sind wir hier. Ach und ich geht auch nicht zu. Nein, ich wollte nicht weg. So. Was habe ich jetzt aufgemacht? Ach, da unten gehst du, oder? Noch vier Geschenke? Ja, das schaffen wir. Oh, nein. Jetzt gehen die Töne zu. So, jetzt aber. Ich schneide nach unten. Jetzt muss ich noch zählen können. Ja, das war dumm. Das war wirklich eigene Schuld. Das war dumm halt. Ähm, und jetzt hier. Perfektor. Jetzt schnell, 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 schnell. Ich will nicht nochmal. Oh nein, hier ist eine Zuckerstange, Typik. Töpigkeitszuckerstange. Jetzt hat er die Zuckerstange genommen. Jetzt war ich auch mit, was die meinten. Die haben keine Wirkung auf die. Den nehmen wir einfach nur auf. Erst ab dem wird es ja wichtig. Okay, und jetzt noch. Ja, und der ist fertig. Und hier. Ja. Hä? Das ist überhaupt... Hä? Ist ja gar nichts passiert. 1, 2, 3. So, und schnell nach unten. Hältst du durch den Verteiler da? Oder habe ich ihn wieder gegen ihn geschmissen? Na, perfekt. Und noch drei Stangen übrig. Guck mal, da komme ich nicht durch. Doch, da komme ich durch. So, und der ist schnell hier durch. Keine Ahnung, welche Töda durch jetzt aufgeht, aber... Okay, irgendwie leckt das Spiel gerade. Ausgerechnet das Spiel? Das Spiel mit seinen hohen Auflösungen? Was zum... Was soll das so sein? Nee, das soll nicht so sein, glaube ich. Das wäre traurig, wenn mein Computer damit überfordert ist. Das wäre wirklich traurig. Okay, irgendwie... Die Tür da oben kriege ich bestimmt irgendwie auch... Ja, durch das ganze Ding da rum. Okay... Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ach, ich kann jetzt hier reinschießen. Und ich kann hier unten lang. Okay, wenn das gleich gleich auffällt, muss ich jetzt hier gerade mal aufhören. Okay, was ist das? Das soll ja never so sein. Das ist keins von diesen Spielen, die Kontrolle über den, guck ich aber neben. Das ist ein Weihnachtsspiel. Ja, Schneemann. Das lässt, wenn ich mich nicht bewege. Okay, das liegt am Spielen gerade. Okay, ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie ein bisschen gefallen hat. Wir haben bisher Weihnachten gerettet. Wir haben ganz viele Geschenke gesammelt, die alle an euch gehen. Okay, und ich guck mal, was hier gerade mit dem Computer, äh, nicht mit dem Computer, mit dem Spiel. Ja, das stimmt. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, morgen schöne Feiertage. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.